Ja, hier zurück bei Let's Play Getting Up, diesmal sind wir bei New Radius Reway und ich würde sagen, wir starten auch einfach schnell durch, machen unser Black Book, bereiten das vor und es sind sehr viele neue anscheinend dazugekommen, so wie es ausschaut. Wir haben keine Roll-Ups, gucken wir mal bei Pro-Ups. Ne, da ist nichts da neu. Weed-Paste. Nur mal den. Da habe ich Bock auf einen Wild-Style. Da sind nämlich coole, coole neue dazugekommen. Zum Beispiel das hier. Nehmen wir mal das und das nehmen wir mal, tauschen wir mal mit dem aus. So. Und los geht's. New Radius Reway. Was ist das, wo wir unter der Brücke starten? Oh, Akt 2. Es geht alles den Bach runter. Okay. Dann würde ich mal sagen, komm jetzt auch eine Cutscene. Das ist ganz klar. Aber... Meistens ist das so, dass selbst die Gamer mir bei Cutscenes ein reinwirkt, Grund, ähm, Inhalte von Drittanbietern enthalten. Das bedeutet, es sind einfach Inhalte drin von anderen Leuten, was mir halt nicht gehört. Irgendwo ist das ja... Scheiße. Ich meine, komm, das war zu einer Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, da gab es schon auf jeden Fall eine Menge Let's Plays und dann müssten die doch eigentlich damit rechnen, dass das Spiel irgendwann auch Let's Played wird, oder? Oh. Die Sondereinsätze gegen Graffiti-Banden in ganz New Radius werden auch weiterhin fortgesetzt. Die CCK wurde wiederholt für ihre übermäßige Gewaltanwendung in diesen Einsätzen kritisiert. Chief Hunt wird morgen auf dem Tremner Tower eine Pressekonferenz geben, um seinen Kritikern zu antworten. Er wird dort einen neuen Plan vorstellen, Graffiti-Vandalismus zu bekämpfen. Diese Kriminellen auszuschalten wird den Weg ebnen für unser urbanes Erneuerungsprogramm. Wir wollen eine saubere Stadt. Da bin ich mal gespannt. Als Teil der laufenden Image-Kampagne wird Chief Hunt auf dem Turm mit einem der neuen Renew-Zone-Helikopter landen. Die neue Helikopterflotte wird mit der Pressekonferenz enthüllt werden. Wir sind schon alle sehr gespannt. Und die alte Kiste! Die neuen Kabelmann! verschont! Ja ok. Passiert da noch was? Ja. Ich kann das Aerosol schon riechen, man. Yeah. Schwachsinn. Los, cry, one, love. Okay. Ja, also ihr habt gehört, was wir tun. Die Helikopterbomben von der CCK. Also werden wir wahrscheinlich in der CCK starten. In dem Quartier. Oder? Es sah eben so aus. Nee, doch, doch, unter der Brücke, hab ich doch gesagt. Ich zeig dir mal, wie man das richtig macht, Kleiner. Oh, scheiße. Verdammt, wo rennst du hin? Sei keine Pussy, Mann. Warte auf eine Chance und ab. Ja, Moment, chill. Erstmal will ich hier gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Was man eventuell finden könnte. Komm schon, Mann. So tough bin ich nun auch wieder nicht. Okay. Irgendwie will ich nicht. So. So, jetzt aber. Voll so ein Walker hier. Au. Was hab ich denn getan? Komm, Kleiner, hau ab. Lol. Ey, komm. Der wurde rumgefahren, oder? Leute, seid mal ehrlich. Er hat aber auch ein Geschwein. Ja, ist klar. Ist klar. Das fand ich jetzt irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ja, ja, kennen wir schon. Kennen wir schon. Bla, 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 bla. Ist nix. Also, laufen wir. So, rüber. Und. Ja, also irgendwie war das gerade unfair. Schluss jetzt, du Kasper. So, jetzt aber. Gabe, chill mal. Na. Für Trim. Hier hinten war noch was zu erledigen. So. Das Graffiti sieht geil aus. Die Farben, ey. Das ist voll geil. Voll geil. Passen einfach unglaublich gut zusammen. So, hier war noch was. Achso. Okay. Verstanden. Das war ja natürlich jetzt da unten ein Fehler. Aber, gut. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und, äh, kann ja mal passieren, ne? Naja. Gut. Das holen wir noch irgendwie nach. Oder, was weiß ich. Lassen wir erstmal. Geht auf jeden Fall erstmal voll durch. Weil, zum Üben jetzt, das eine. Bei den anderen wissen wir halt Bescheid. Achso. Das habe ich vergessen gehabt. So. Hier hinten war noch auch noch welche. Ja, ey. Der Tube hat dir alle Highways zugebohnt. Oh. Lissi. Stopp. 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 Mehr Feind für mich. Ich kenne die Burner-Spots, Mann. Nicht hier. Okay, wenn du das so sehen willst. Ich schaue mir das mal genau vor. Na, was soll ich jetzt machen, Kleiner? Ihr könnt mich nicht sehen. Ja, Mann, ich gebe dir einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Siehst du mich jetzt? So. Train. Die Wand mache ich mit meinem Cycler. Pass auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020